hallo und herzlich willkommen schön dass du eingeschalten hast diese folge wollen wollen wir coole kraftwerk bauen was man letztes letzte folge nicht geschafft haben ja gut ich habe schon mal unten den meiner hin gesetzt und da waren noch zwei viecher und ja ich vernichtet das war hier schon mal strom ja ja auch den das band hingesetzt schauen wo ich am besten einzelne hinsetzen können hier hin und ein drittisch müsste es jetzt losgehen schauen es arbeitet oder ja es kommt sehr schön wie gesagt hier das band hoch ging das irgendwie nicht entweder vielleicht so hin her hin ist egal kann man umbauen wie ich immer sagen es wird nie umgebaut wird das langer weg für strom gut dann haben wir das das band da ich ja vorne bei dem weltraum lüft gesetzt ja hier läuft das kohle band ist jetzt das jetzt schon mal läuft und dann von euch in den vorratsbehälter hingesetzt so ach so ich wollte ja jetzt genau und setze ich erst mal zu kohlekraftwerk hin ich hab schon mal ach ich nehme gleich alles mit weil ich muss ja noch wasser hinlegen kohlekraftwerk stelle erstmal hier so hin irgendwie kohle so hin ich stelle das mal so hin oder ich mache fondament ich glaube ich weiß nicht ob jetzt 1 reicht ansetzen lassen 1 hin das mal... halt... sprung... ja... mach mal die... na? Alles klar, Scheiße! Dann muss ich das... Ja... Warte mal, ich speichere das mal... Cola... Ja... So, und jetzt brauche ich das Wasserkraftwerk... Das ist auch in der... Produktion... Reicht, das habe ich alles... Jupp, jupp, jupp... Okay, dann laufen wir mal dahin... Das war ja schon... Schon ein Stückchen... Ah ja, genau... Ähm... Stopp! Na, Kätzchen? Oder was bist du? Äh, Wuff! Ist doch tot! Ich weiß nicht, was man die... Weißt du noch eins, oder? Ja... Ah, das ist weiter oben... Das war ganz komisch... Genau, das... Ah, das war noch so Dürchen... Hey, 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 hey... Wir waren das... Komm... Das ist wie... Flieg... Ähm... Warte mal, das war ja da oben... Also könnte ich vielleicht... Mal so eine Art wie... Betreppeln zimmern, oder? Oder ich mache... Solaram... Warte mal, ja... Fange oben an... Oder... Ich... Große Rampe... So... Große Rampe... So... Vier Meter Rampe, ne, gell... Ach, mein... Nervt mich schon da... Ja, keine Lust... Äh... Nun... Ich muss doch... Irgendwie... Am besten da hoch... Gehen... Können... So eine Art Treppe... Ich versuche es einfach mal... So... Machen wir mal hier einen hin... Dann hier einen... Ja... Warte mal... So... Wie reicht das ganze... Und zusammen... Oho... Ah! Und001-9–4インə... wenn es dasal... Ein-1,5 zu schrömer... Und-1、5. Hier hinten ist das Wasser. Ein langer Weg. Ich glaube, ich fand das nie ein paar Taube. War ich jetzt... Ja. War ich abbauen. So. Dranz. Irgendwas. Nee, warte mal. Produktion brauche ich. Bumbe. Bitte funktionieren. Bitte pass rein. Doch, doch, doch. Ein bisschen drehen. Ah. Siehst du? Bumbe. Ich brauche jetzt... Nee, warte mal. Ich brauche ja die... Spot. Logistiert. Die brauche ich. Watch out. Warte mal, in welche Richtung muss ich jetzt? Warte mal. Ich sei jetzt gerade angegriffen. Das ist nicht schön. Habe ich auch irgendwas zum Naschen noch? Nein. Dazu werde ich bestimmt gleich sterben. Ah, da hinten. Das ist so lang kein Sturm. Ja, ist auch Wasser. Was wird nicht funktionieren? Scheiße. Scheiße. Die Viecher. Geh mir auf, die Nüsse. Mist. Mist. leckt mich doch das kriegen wir noch hin die folge dass wir energie haben weil wir haben keine energie mehr hat irgendwie ging es vorhin ja ich muss erstmal gucken wo ich das mit dem scheiß mit dem blöden wasserrohr dummig an der strom hochziehen alles klar da sind die viecher eines könnte ich dann hier ja immer kurz mal die ich glaube ich probiere es einfach mal aus hatte ich wohl fast durch als das da ist klar ich könnte vielleicht schon mal strom hinziehen umgabe weil ich brauche noch kopfhörer dafür lang was das x4 ich hatte mir jetzt noch bild macht ich ab oder noch eins es ist tot ich hatte das war die komischen stromkabel und wie reicht das wenigstens und umso lecker das müsste ich hier so wo ist mein Kuh? Ach ja. so, warte mal, so, ich suche jetzt noch mal, weil man braucht ja, start, so, ich preis mal Kupfer, Kupferbleche. Gut, ich mal schnell einen Cut, noch Kupferbleche und dann sehen wir uns dann wieder verroren. So, jetzt sag ich mal, ich glaube 100 Fläche gemacht, das müsste jetzt reichen. Ich kann ja gleich von hier anschließen, von hier dran machen. Ähm, warte mal, so. Und, zack. Muss doch gleich über die Ecke sein hier, oder? Ja. Bin ich mir echt gespannt. Ach ja. Oh, okay. Ja. Ja, Benz. Ich glaube, ich muss vielleicht noch eine Bumpe dazwischen setzen, oder? Ich wollte ja noch den, so, Wasserdank hinsetzen. Mach ich gleich. So, was muss ich noch? Kohle verbinden. Äh, Band. Warte mal, ich muss noch so speichern. Vielleicht hier gleich den so dazwischen setzen. Geht das? Ach, ne, brauche ich so. Äh, vielleicht zwischendurch mal. Ja, wegzau. Wie mal gespannt jetzt? Kein Treibstoff. Kommt ja gleich. Ah, guck an, guck an. Ja, Benz, Strom. Ja, Benz, Strom. Ja, Benz, Strom. Aber ich komme nicht hier. Kommt. Hopp, 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 hopp. So. Das ist klar. Jetzt müssen wir jetzt nur noch. Ne, mit. 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 Guck an rein. Mission erfüllt. Wir haben Kohle. Stop, oder? Sehr schön. Lange dauert, aber es geht nicht. So, dann sag ich mal. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dr. Zückli. Tschüssi.